Lieber Zoomer, liebe Zoomerin, ich habe es nun tatsächlich getan. Ja, ich habe mir das Zusatzmodul Webinar für Zoom geholt, um besser zu verstehen, welche Funktionen du dazu bekommst, wenn du, wie ich jetzt hier, in die Tasche greifst und für knapp 40 Euro die Zoom-Webinare freischaltest. Wenn du gerne öffentliche oder halböffentliche Veranstaltungen mit Zoom durchführen willst, bei denen du die komplette Kontrolle hast, zum Beispiel Pressekonferenzen, Gottesdienste oder eben Marketing-Webinare, dann bleib jetzt dran. Zunächst eine kleine Unterscheidungshilfe, denn ich habe nicht nur bei Videos hier auf YouTube gesehen, dass Zoom-Meetings und Zoom-Webinare gerne entweder in einen Topf geworfen werden, also die normalen Zoom-Meetings als Zoom-Webinare bezeichnet werden, oder aber, dass es so dargestellt wird, als seien Zoom-Meeting und Zoom-Webinar zwei vollkommen voneinander unabhängige Produkte. Beides ist falsch, denn Zoom-Webinar ist eben ein Zusatzmodul, das du zusätzlich zu einem bestehenden, bezahlten Zoom-Meeting-Paket buchen musst. Die Webinare gibt es also nur obendrauf und nicht alleinstehend. Nachdem wir das aus dem Weg geschafft haben, stellt sich natürlich die Frage, ich habe schon Zoom-Meetings, wozu brauche ich Zoom-Webinar? Vor allem, wenn das knapp 40 Euro im Monat kostet. Dazu hilft dir vielleicht die folgende Unterscheidung. Das ist jetzt mal hier eine Folie aus meinen Zoom-Coachings. Zoom-Meeting ist in erster Linie für interaktive Veranstaltungen gedacht. Also, ihr habt einen geschlossenen Nutzerkreis, im Idealfall kennt ihr sogar die Teilnehmer und jeder dieser Teilnehmer kann mit Audio und Video teilnehmen. Das ist tendenziell, aber nicht notwendigerweise, am besten bei kleinen Gruppen. Ihr könnt nämlich das Zoom-Meeting auch hochpegeln auf bis zu 1000 Teilnehmer. Das heißt also, die reine Größe eures Meetings sollte nicht unbedingt den Ausschlag geben, ob ihr jetzt Zoom-Meeting oder Zoom-Webinar verwendet. Gutes Beispiel für Anlässe, für die ihr lieber Zoom-Meeting verwendet, sind zum Beispiel Schulungen oder interne Firmen-Meetings. Auf der anderen Seite haben wir Zoom-Webinar. Das ist in erster Linie eben für öffentliche Veranstaltungen gedacht und meistens geht das eben auch einher mit einem großen Publikum. Vor allem aber habt ihr eine Menge mit unbekannten Teilnehmern. Die Teilnehmer in einem Webinar können euch hören und sehen, aber sie selbst haben keine Möglichkeit zu sprechen oder ihre Kamera in dem Webinar anzuschalten. Mit den Zoom-Webinars kommt eine weitere Benutzerrolle gegenüber Meetings hinzu. Das sind die sogenannten Panelists. Ich nenne das jetzt mal auf Deutsch Experten. und die Experten nehmen ungefähr die Rolle ein, wie normale Teilnehmer bei einem Zoom-Meeting. Das heißt, die können eben ihre Kamera benutzen, die können auch sprechen und werden gehört. Mehr oder weniger das, was ein normaler Teilnehmer bei einem Zoom-Meeting macht, das ist ein Experte bei einem Zoom-Webinar. Ja, und quasi die neue Stufe, was Berechtigung angeht, ist dann darunter angesiedelt, nämlich die Teilnehmer, die rutschen eben in die Rolle, bei denen die Kamera prinzipiell ausgeschaltet ist und auch das Mikro immer ausgeschaltet ist. Und die Teilnehmer bei einem Webinar können sich dann eben nur noch über den Chat äußern beziehungsweise eben Funktionen wie Hand heben. Ein paar Beispiele, wo es sinnvoll ist, Zoom-Webinar einzusetzen, sind Gottesdienste, Konzerte oder Pressekonferenzen. Und Zoom-Webinar könnt ihr eben nur als Zusatzmodul buchen. Das kostet aktuell 37 Euro im Monat. So, jetzt weißt du schon, wofür man eher Zoom-Meetings und wofür man eher Zoom-Webinare einsetzt. Aber die Frage ist natürlich, okay, wie unterscheidet sich denn Zoom-Webinare von den Zoom-Meetings, was die Funktionen angeht? Und das kann man relativ schnell zusammenfassen. Webinar bietet zusätzlich einen Übungsraum, in dem du schon einmal mit den Experten testen kannst und ob das ganze Setup so korrekt ist und funktioniert. Und du hast eine Fragen- und Antworten-Funktion, die ich dir dann gleich auch zeigen werde. Ja, und was ein Webinar eben nicht hat, ist auch so ein bisschen logisch, sind die Breakout-Rooms. Denn das würde ja so jetzt nicht so richtig Sinn ergeben. Denn das Webinar ist ja darauf ausgelegt, dass es eine Diskussion gibt, eine zentrale Debatte, die eben stattfindet, beziehungsweise eine Präsentation von einer Seite und das Ganze an die Teilnehmer eben ausgespielt werden soll. Arbeitsgruppen oder Breakout-Rooms ergeben da nicht wirklich Sinn. Und Reaktionen sind auch nicht vorhanden in einem Webinar, wahrscheinlich, weil das auch stören würde, wenn jetzt alle wild mit Reaktionen irgendwie um die Ecke kommen könnten. Aber eine Funktion gibt es immer noch und das ist das Handheben. Also da kann man immer noch darauf hinweisen, dass vielleicht irgendwas nicht stimmt oder wenn eine Chat-Nachricht beziehungsweise eine Frage irgendwie dauerhaft übersehen wird, dann können sich Teilnehmer damit noch zu Wort melden. Das also zu den Unterschieden, was den Funktionsumfang von Zoom-Webinar und Zoom-Meeting betrifft. Okay, ich habe mich also dazu entschieden, dass ich die Zoom-Webinare gerne dazu buchen möchte und zeige dir deswegen auch gleich, wie du das machst. Zunächst solltest du am besten schon eingeloggt sein auf der Zoom-Website, sonst musst du das nämlich später machen und nochmal von vorn anfangen. Das ist echt doof gemacht. Ich bin jetzt hier angemeldet und gehe auf Webinar, Zoom-Webinare und sehe dann, zuallererst werden mir hier die Jahresangebote gezeigt. Ich kann hier oben direkt mal umstellen auf monatliche Rechnungsstellung. Da sieht das Ganze schon etwas freundlicher aus, hier mit 37 Euro pro Monat und pro Lizenz. Ich sage jetzt kaufen. Und nachdem ich hier auf jetzt kaufen geklickt habe, ist es zunächst einmal verwirrend, denn mir wird hier nicht gleich Webinare angezeigt, sondern ich muss hier nochmal runterscrollen und das hier auswählen, dass ich Webinare haben möchte und in den Warenkorb legen möchte. Ich klicke also hier nochmal drauf. Und dann gibt es hier eine weitere Spitzfindigkeit von Zoom. Zoom verlangt nämlich jetzt von mir, dass ich mein Abo, das ich für meinen Pro-Account habe, reaktiviere. Ich habe das ja gebucht und natürlich direkt mein Abo gekündigt, damit ich das nicht später vergesse. Jetzt, um das Webinar hinzuzubuchen, muss ich kurzfristig mein Abo reaktivieren. Sonst geht das nämlich nicht. Und nachdem ich den Kaufprozess abgeschlossen habe für Zoom-Webinare, werde ich natürlich hier wieder in mein Konto gehen und das Abo abbestellen, damit mir das dann eben nicht passiert, dass ich einfach eine neue Rechnung bekomme, ohne dass ich das vielleicht will. Nun kann ich aber mein Webinar in den Warenkorb legen. Und jetzt sollte das auch funktionieren. Genau, der niedrigste Plan hier ist für 100 Teilnehmer. Das reicht mir auch zum Testen natürlich vollkommen. Ich möchte gerne das nur für einen Monat buchen und keine automatische Verlängerung haben. Ja, dann sichere ich das und fahre fort. Bin selbst gespannt, was passiert. Auf der nächsten Seite werden jetzt einfach meine Zahlungsinformationen aufgelistet. Habe ich euch natürlich geschwärzt. Und ich überspringe jetzt einfach diese Zahlungsabwicklung mal. So, das hat jetzt geklappt. Ich habe mir Zoom-Webinare für einen Monat gekauft. Und das geht aber jetzt gar nicht so sofort los, wie man vielleicht denken möchte, sondern ich kriege jetzt erstmal, wenn ich auf Webinare klicke, hier in meinen Einstellungen, zunächst mal diesen Hinweis, wie starte ich auf der Seite Benutzerverwaltung, kann der Administrator mit Benutzer bearbeiten, für bestimmte Benutzer Webinare aktivieren. Ich muss also zunächst einmal in die Benutzerverwaltung meines Zoom-Kontos gehen und dort festlegen, wer denn überhaupt in den Genuss der Webinar-Funktion kommen darf. Ich mache das jetzt natürlich mal für mich selbst. Ich sehe hier, okay, Webinar für 100 Teilnehmer. Klicke ich mal an. Jetzt habe ich Webinare freigegeben für mich selbst als Benutzer. Das musst du also natürlich auch dann machen, wenn du Webinare für dich nutzen willst. Jetzt sieht das hier anders aus unter Webinare. Ich habe die Möglichkeit, ein Webinar zu planen. Und die Maske kommt einem relativ bekannt vor. Das sieht also so ähnlich aus wie bei den Zoom-Meetings. Ich kann jetzt hier einen Namen eingeben für mein Webinar und natürlich festlegen, wann das Ganze stattfindet. Ich möchte es sofort testen. Deswegen lassen wir das hier auch mal. Wiederkehren des Webinars ist es erstmal nicht. Wie du siehst, ist schon hier automatisch ein Passwort gesetzt als erforderlich. Das kann man also gar nicht abwählen. Ich hatte ja schon gesagt, es gibt mit der Rolle Experten oder Diskussionsteilnehmer, wie es hier genannt wird, eine Rolle, die eben neu ist und in etwa den Teilnehmern bei einem normalen Zoom-Meeting entspricht. Denn hier kann man auch entscheiden, ob diese Experten dann eben mit ihrem Video zu Beginn gleich zu sehen sind oder zunächst mal mit ausgeschalteter Kamera. Dann, ganz wichtig, welche Funktionen will ich nutzen in meinem Webinar? Ich würde auf jeden Fall empfehlen, die Übungssitzung zu aktivieren, wenn das dein erstes Webinar ist, so wie jetzt für mich. Denn dort kann man auf jeden Fall üben, bevor Teilnehmer zugelassen werden. Man kann also sein ganzes Setup einmal ein bisschen austesten und schauen, ob alles stimmt mit Präsentationsunterlagen, ob die Experten alle da sind und wissen, wie man Zoom bedient. Und da kannst du eine wunderbare Testrunde veranstalten. Ja, und auch das kennst du hier schon von Zoom-Meetings. Ob du erforderlich machen möchtest, dass die Teilnehmer sich bei Zoom anmelden, um an deinem Webinar teilzunehmen. Ich klicke jetzt hier einfach mal auf Planen, damit es hier losgeht. So, nachdem ich mein Test-Webinar angelegt habe, siehst du hier unten einige neue Einstellungen, die man so von Zoom-Meeting eben nicht kennt, die es nur bei Webinar gibt. Und hier ist vor allem wichtig, wenn du ein wirklich öffentliches Webinar durchführen willst, dann ist es empfehlenswert, auch eine Registrierung dafür erforderlich zu machen. Das klickst du hier ganz unten an, sagst, Registrierung ist erforderlich. Wenn man sich aber registriert hat, dann kann man eben automatisch dafür zugelassen werden. Dann bekommen eben die Teilnehmer ihren Einladungslink oder du wählst hier manuell genehmigen. Dann musst du jeden nochmal einzeln freigeben, dass der auch den tatsächlichen Meeting-Link dann erhält. Du kannst hier diverse Benachrichtigungseinstellungen wählen. Die sind, glaube ich, relativ selbsterklärend. Auf dem nächsten Reiter Fragen kannst du festlegen, welche Informationen du von deinen Registranten überhaupt erheben möchtest. Also Land, Postleitzahl, etc. pp. Ich klicke dann jetzt einfach mal ein paar Sachen an und sage, alle speichern. Jetzt bekommen wir unten eben eine Übersicht, wie viele Personen sich schon registriert haben und wie viele genehmigt oder abgelehnt bzw. gesperrt wurden. Ich habe hier auch die Möglichkeit, bereits eine Liste an Teilnehmern vorab einzuladen. Die würden dann eben diesen Registrierungsprozess überspringen. Jetzt kann ich mir hier testweise einmal anschauen, wie denn mein Anmeldeformular für mein Webinar aussieht. Nämlich so. Testwebinar, mein Webinar. Und hier siehst du schon, sind die ganzen Felder, die ich eben angeklickt habe, eben auch vorhanden. Und ja, Vorname, Nachname, Pflichtangabe und E-Mail-Adresse sowieso. Rest ist freiwillig. Und da könnte ich mich jetzt einfach mal für mein eigenes Webinar anmelden. Ich mache das jetzt gleich mal. So, das habe ich jetzt hier mal so mehr schlecht als recht ausgefüllt und klicke auf Registrieren. Und ich werde jetzt direkt weitergeleitet auf eine Bestätigungsseite. Hier steht also, okay, meine Registrierung wurde genehmigt. Ich habe ja eben auch in den Einstellungen gewählt, dass man automatisch genehmigt wird, wenn man sich einträgt. Ja, und kann das eben jetzt das Webinar zu meinem Kalender hinzufügen oder eben auch direkt beitreten. Machen wir auch gleich, aber vorher brauchen wir auch noch einen Diskussionsteilnehmer. Dazu springe ich jetzt wieder zurück in mein angelegtes Webinar, scrolle hier runter und sehe hier unter Einladung direkt den ersten Eintrag, dass noch keine Diskussionsteilnehmer eingeladen wurden. Ich klicke auf Bearbeiten und auf der Seite Diskussionsteilnehmer habe ich mir jetzt einfach mal einen Testexperten ausgedacht, den ich gerne zu meinem Webinar einladen möchte. Klicke also hier auf Speichern und dann geht auch direkt eine Einladung an denjenigen raus. So, jetzt haben wir eigentlich alles zusammen, was wir für ein erstes Webinar brauchen. Wir haben mich als Gastgeber, wir haben einen Experten eingeladen und wir haben einen Teilnehmer eingeladen. Somit sind im Prinzip erstmal alle Rollen besetzt. Ich versuche euch das dann so gut es geht eben zu zeigen, was die jeweiligen Teilnehmer bzw. Experten auch sehen. Und wir legen jetzt einfach mal los, indem ich das Webinar starte. Das hat ganz gut geklappt. Ich befinde mich jetzt in meinem Webinar-Übungsraum, denn ich habe ja angeklickt, dass ich zunächst mal eine Übungssitzung abhalten will, bevor das eigentliche Webinar startet. Ich bin jetzt also in der Lage, dass ich meine Experten schon mal dazu holen kann, aber die Teilnehmer noch nicht. Das wollen wir dann auch gleich mal testen, dass ein Experte dazu kommt. So, ich habe jetzt meinen Experten dazu geholt. Das bin ganz überraschenderweise auch ich. Ich habe hier einen zweiten Laptop vor mir platziert. Dem habe ich eben die Zugangsdaten gegeben für den Experten, die Experten-Einladung. Ja, und nun kann ich eben mit dem Experten schon mal vorab besprechen, wie alles läuft. Er kann eben sehen, dass er seine Dokumente eben auch teilen kann. Du siehst jetzt natürlich gerade nicht, was er sieht, aber ich kann halt sagen, ich habe eben hier die Möglichkeit, als Experte auch den Bildschirm zu teilen oder meine Hand eben hier zu heben. Ja, also das geht eben alles. Man hat ziemlich genau so die Berechtigung, die man so von Zoom-Meeting kennt. Neu ist und anders ist eben dieses Q&A, beziehungsweise hier in der deutschen Version F&A genannt. Das Frage-Antwort-Modul ist tatsächlich für die Teilnehmer gedacht. Wir haben ja jetzt noch keinen Teilnehmer hier in unserem Webinar, deswegen ist diese Funktion jetzt noch nicht so stimmig zu zeigen. Zunächst mal schaue ich mir noch an, was alles möglich ist. Ich kann also hier auch eine Umfrage starten, so wie du das kennst von den Zoom-Meetings auch. Und unter mehr verstecken sich auch wie beim Zoom-Meeting die Möglichkeit, eben dein Webinar auch auf Facebook zu streamen oder auf YouTube. Das ist eine ganz schöne Möglichkeit, habe ich schon mal ausprobiert. Dazu nur ganz wichtig, über Zoom selbst kannst du nur entweder auf Facebook oder auf Zoom streamen. Beides auf einmal geht nicht. Dazu brauchst du dann nochmal eine Software eines Drittanbieters. So, nachdem ich jetzt alle Details mit meinem Experten geklärt habe, fühlen wir uns bereit, das Webinar richtig zu starten und auch Teilnehmer zuzulassen. Und jetzt sieht man eben, das Webinar ist live und ich hole mal einen der Teilnehmer hinzu. So, auch das hat geklappt. Ich bin jetzt mit meinem Handy als Teilnehmer in diesem Webinar drin. Um dir das Frage- und Antwortmodul einmal zeigen zu können, musste ich hier einen kleinen Rollentausch vornehmen. Jetzt ist nämlich hier der Laptop der normale Teilnehmer, denn nur die normalen Teilnehmer können überhaupt Fragen stellen. Parallel bin ich hier auf dem Handy gerade der Experte und hier auf meinem normalen Laptop bin ich eben der Gastgeber. Und wenn ich jetzt hier nur als Teilnehmer eingeloggt bin, ich blende das gleich mal ein, was man da sieht, sieht man eben hier unten nur drei Möglichkeiten, nämlich Chat, Raise Hand oder Hand heben und Q&A oder F&A, wie es hier auf Deutsch eben heißt. Und wenn ich auf Q&A klicke, dann kann ich hier meine Frage eingeben und die abschicken. Ich kann die auch anonym abschicken hier übrigens, wenn das erlaubt ist. Ja, und jetzt sehe ich auch schon hier in meinem Gastgeberfenster, hier ist eine Frage gestellt worden und die kann ich jetzt hier, sehe ich als offen gekennzeichnet. Und wenn ich die Frage in Echtzeit beantworten möchte, dann heißt das nicht mehr oder weniger, dass ich eben mit meiner gesprochenen Antwort darauf reagiere. Ja, und dann kann ich nur noch sagen erledigt. Und wenn ich das nicht sofort beantworten möchte, beziehungsweise nicht jetzt meine Präsentation deswegen unterbrechen möchte, dann klicke ich eben auf Antwort eingeben. Ja, kommt bald. Und die Fragen über dieses Frage-und-Antwort-Modul laufen immer direkt vom Teilnehmer zu Gastgeber und Experten. Auch als Experte sehe ich hier die Fragen, die du eben gesehen hast. Und natürlich kann der Experte oder Diskussionsteilnehmer auch darauf antworten in gleichem Stil. Anders ist es eben bei dem Chat und die Chat-Funktion gibt es auch immer noch. Da liegt es dann voraussichtlich an euren Einstellungen, die ihr getroffen habt. Ich habe jetzt hier alles möglich gemacht und lasse hier zum Beispiel auch zu, dass der Teilnehmer auch an alle eine Chat-Nachricht schreiben kann. Das wäre dann eben etwas, das alle Teilnehmer auch sehen können. Also jetzt taucht das auch hier im Chat auf, ich hallo und sehr ungeduldig hier, will dauernd Pause haben. Ja, ich kann hier auch noch einstellen, dass das nur die Panelist sieht, aber würde jetzt natürlich genauso aussehen. Insofern zeige ich das nicht. Im Prinzip sind das die wichtigsten Funktionen vom Webinar. Es ist, wie ihr seht, ein bisschen verwirrend, wenn man dieselbe Person ist und in drei verschiedenen Rollen hierauf zugreift. Aber ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Also Fakt ist einfach, ihr seid der Gastgeber. Der Gastgeber ist sehr ähnlich zu einem Gastgeber beim Zoom-Meeting. Dann gibt es die Experten, in dem Fall jetzt aktuell hier auf meinem Handy. Der Experte kann eben auch seine Kamera teilen. Im Gegensatz dann eben zum normalen Teilnehmer. Der kann das nicht. Der ist jetzt hier auf dem Laptop und kann nur die Hand heben. David Neumann hob die Hand. Ja, also ich habe hier was zu sagen. Ich möchte gerne irgendwie was im Chat dann schreiben. Aber ich habe nicht die Möglichkeit, meine Kamera anzuschalten oder per Audio an der Diskussion teilzunehmen. Ja, und das war meine erste Testrunde mit dem Zoom-Webinar. Ich hoffe, es war für dich auch interessant, mal zu sehen, was man da so bekommt. Und es ist auch, glaube ich, klar geworden, das ist vor allem was, wenn man einen großen Benutzerkreis hat, den man auch nicht persönlich kennt. Denn als Teilnehmer können die eben auch quasi nichts kaputt machen. Keine Kamera an, kein Audio an. Das heißt, du kannst dein Ding zusammen mit deinen Experten durchziehen. Und die Teilnehmer können eben in Form von Chat beziehungsweise Fragen dann eben an der Diskussion teilnehmen. Wenn dir das jetzt gefallen beziehungsweise geholfen hat für vielleicht zukünftige Veranstaltungen, die du mit Zoom durchführen möchtest, dann freue ich mich natürlich wie immer sehr über einen Daumen hoch oder ein Abo meines Kanals. Und damit stellst du dann auch sicher, dass du kein zukünftiges Video zu Zoom oder den Zoom-Webinaren verpasst. Bis dahin, bleib gesund, dein David von Neumann Digital. Ciao.